Deal, oder? Mit dem YouTube-Zeichen geht's in den 13. Stream von Enderal. Wie gestern geplant, bin ich einmal kurz zurück nach Ark gegangen, hab geguckt, was es an Zaubern gibt, und die Enttäuschung war groß. Nix gab's. Also keine Upgrades von unseren Mainzaubern. Ich hab ein paar sekundäre Zauber mitgenommen, da gab's Upgrades. Unter anderem gab's einen neuen Rang vom Götterschild, der uns Rüstungs-Bufft, den hab ich mitgenommen. Es gab einen neuen Rang von Lebensabsorption, der Leben regeneriert, den hab ich mitgenommen als Backup. Dann gab's noch einen Magierschutz, der unsere Resistenzen gegen Magie bufft. Hab ich mal mitgenommen. Ich glaub, von unserem Lebensherstellungs-Buff haben wir. Segen des Lebens hab ich auch einen mitgenommen. Das waren so die Buffs, die gab's in den neuen Versionen. Die hab ich mitgenommen. Wenn's halt schwer wird, können wir die uns buffen. Halten aber nur 3-4 Minuten, deswegen die nehmen wir nur, wenn's wirklich nötig ist, die jedes Mal nachzubuffen. Dauert sonst zu lange. Ja, ansonsten gab's nix mehr Neues in Richtung Feuer, Eis und Dosenbier. Da haben wir immer noch die gleichen Zauber. Das heißt, kein Schadenzuwachs. Leider, leider. Ähm, ja, ich hab mich wieder zurückgeportet und wir können jetzt tatsächlich in Richtung des Schiffes gehen und da halt sagen, lass uns ablegen. Und dann, äh, gucken wir, wo uns das Schiff hinfährt. Da hatten wir ja gestern tatsächlich nochmal gesagt, wir machen ein kurzes Poiseken, damit ich nochmal ganz kurz zum Händler kann. Aber wie gesagt, die Enttäuschung war mehr groß als toll. So, hab ich die Quest aktiviert? Äh, nein, hab ich nicht. So, dann muss ich einmal da warten. Dann gehen wir da einmal hin und alles ist gut. Was ist das für ein Spiel? Strah, das ist Enderal, eine Total Conversion Mod für Skyrim. Macht aus Skyrim ein komplett neues Spiel mit neuen Quests, neuen Charakter, neuer Story, komplett deutsch vertont. Neues Skillsystem. Das heißt, wenn du eventuell Skyrim hast und mochtest, schau dir das mal an, ist kostenlos. Der Moped-Bot unten hat ausgegeben, wo du es findest, wie du es installieren kannst. Einfach mal auf den Link klicki, klicki und einmal mit den Augen lesen. Und nach dieser Anleitung habe ich das auch installiert bekommen. Ich bin da guter Dinge, dass das dann klappen sollte. Und ich muss weiter runter zum Schiff. Wir haben das Schiff nämlich gestern quasi flott gemacht. Wir haben die letzten Ersatzteile dafür gesucht. Und da gucken wir uns heute dann mal um, ob das Ding auch dann losfliegt. Da bin ich ja mal gespannt drauf. Ja, wir schreiten. Guten Tag. Ich gehe mal in die Kabine. Ich glaube, da konnte ich nämlich rasten. Und dann gucken wir mal. Subscriber-Icident? Was, was, was? Was sagt Bully? Sei gegrüßt. Sei gegrüßt, Bully. Ja, oben sehe ich dich noch. So, wir können nämlich jetzt hier, glaube ich, 24 Stunden warten. Oder war hier gar kein Bett? Ey, sag nicht, hier ist kein Bett. Dann drehe ich am Rad. Ich hoffe, hier ist irgendwo ein Bett. Weil sonst können wir nämlich hier nicht... Ah, ja, hier ist ein Bett. Wunderbar. Ich kann jetzt, glaube ich, nichts nehmen. Aber ich kann hier zumindest pennen. Das ist wunderbar. Die Grosche nehme ich mit. Ist ja nicht geklaut. Ist nur geborgt. Ergo, passt schon. Nehmen wir mit. Pennen mal 24 Stunden. Was ich nicht kann. Warum? Och, nee. Bitte. Jetzt sag nicht, ich kann hier wirklich nicht pennen. Äh. Das ist zum Beispiel eine Klamotte. Kann ich hier pennen? Nee. Das ist eine Sache, die... Ist grenzwertig, finde ich persönlich hier in Enderall. Dass du die Zeit wirklich nur beim Schlafen verstreichen lassen kannst. Und irgendwie nur in ganz, ganz ausgewählten Betten irgendwo pennen kannst. Das ist halt manchmal echt ein bisschen komisch. Weil du jetzt, wie ich gerade, nämlich ein Bett suchst, keins findest und dann bist du am Rumeiern. Das lässt doch gerade den Trailer von Metal Gear angeguckt. Denke mal, wie du schon sagtest. Hätte man daraus den Namen Metal Gear gelassen, hätte es, denke ich, keinen Shit-Song gegeben. Ja klar, aber die hoffen natürlich, ey, da steht Metal Gear drauf. Das kaufen die Leute doch wie warme Semmel. Ja. Und stattdessen gab es halt den Shitstorm von allen, die Hideo Kojima-Fans sind. Weil der Typ hat nun mal eine ziemlich große Fanbase. Und da war der Shitstorm natürlich direkt mal real. Alter, was, was, was? Welche Kette? Gregor! Und die Töne funktionieren. Danke fürs Testen, Gregor. Gestern hatten wir ja ziemliche Probleme damit. Aber sie funktionieren. Sie funktionieren. Für die tolle Zeit, Zeit DS1. Och, Gregor, das ist ja schon ewig her. So lange guckst du schon. Gregor, ich danke dir für die Unterstützung. Natürlich auch in Subform. Ich hab dich, glaube ich, gerade auch im Chat irgendwo gesehen. Kann das sein, Gregor? Ich hab dich irgendwo gesehen. Danke auch natürlich für die Unterstützung. Und vielen lieben Dank. Und Herzen für dich. Und bleib uns weiter treu und hab weiter Spaß. Mit den Spielen, die noch kommen werden. Oder gerade laufen. Mit den Emotes. Vielen lieben Dank, mein Guter. Und ich versuch gerade irgendwo zu schlafen. Alter! Der Beischlaf an sich ist eine komplizierte Sache. Denn nicht jedes Bett ist in diesem Spiel dafür geeignet, um die Zeit verstreichen zu lassen. Ich kann nämlich nicht. Ihr müsst ein Bett suchen zum Rasten, wie ihr seht. Es geht nicht überall. Und ergo eier ich hier gerade durch die Gegend, weil die Quest sagt, warten, bis Gertrude startbereit ist. Und Gertrude ist nicht irgendwie die Prostituierte von nebenan. Gertrude ist das Raumschiff. Ja, und ich kann dieses Bett hier halt nicht benutzen. Mann! Ja, DS1. Das war 2012, glaube ich, Gregor, ne? Das ist schon jetzt mittlerweile vier, fast fünf Jahre her, glaube ich. Holy moly, Gregor. Ja, danke für den Support. In der ganzen langen Zeit. Oh, ich brauch ein Bett irgendwo. Wie kann sowas Großes for free sein? Abschlussarbeit? Zum Beispiel? Also tatsächlich jetzt nicht Abschlussarbeit, weil es nicht ein Uni-Projekt war, aber als quasi Bewerbung oder Empfehlungsschreiben, Swissprice. Also, wer das jetzt halt in seine Mappe legt und sagt, ey, ich hab hier das Quest-Design gemacht, ich hab das World-Design gemacht, warum nicht? Also, ich glaub, wenn du dich damit irgendwo bewirbst, hast du schon gute Chancen. Und wie gesagt, das Ganze war ein non-kommerzielles Projekt, das heißt, alle Arbeiter drin ist unentgeltlich geschehen, sei es jetzt vom Vertonen, vom Programmieren, ähm, das heißt, auch der Projektleiter oder die Projektleiter mussten gute Überredungskünste haben, die Leute dafür zu motivieren, dafür zu arbeiten, Spaß dabei zu haben, zu vertonen, für umsonst. Und es sind ja auch wirklich bekannte Synchronsprecher dabei. Alter, ich find kein Bett, ich, ich, ich raste gleich aus. Welches Level bist du? Ich bin... 35. Sieht man hier, hier oben, da. 35 bin ich, geskillt auf Elementaristin und Taumaturgin. 76 in Elementarismus, was mein Hauptbaum ist. Lichtmagie müsste ich nochmal nachziehen, aber im Moment haben wir so wenig Geld. Wir sind im Meisterrang bei Elementarismus angekommen, da kostet jedes Lehrbuch 1300 Gold. Und wir haben im Moment nur, schwanken zwischen zweieinhalb bis dreieinhalb. Also, das ist relativ wenig und relativ teuer. Und ich weiß nicht, wo ich hier schlafen kann. Das gibt's doch nicht, Mann. Kann ich den einfach ansprechen, eventuell? Und nochmal sagen, der hat uns ja gestern gefragt, ob wir bereit sind. Ich spreche den einfach nochmal an, in der Hoffnung, dass er jetzt nochmal sagt, ey, bist du jetzt bereit? Gestern haben wir nämlich gesagt, nee, wir sind nicht bereit. Lass uns nochmal ganz kurz ein bisschen Inventory managen. Äh, du nicht, du? So. Ne, leider nein. Kacke. Das ist relativ doof. Das ist doof. Ja, das heißt, was ich jetzt tatsächlich nochmal machen kann, Freunde. Äh, ich porte mich nochmal raus. Und zwar nochmal nach Ark. Wie viel habe ich noch? Ich habe noch zwei. So, mach fertig. Ich gehe nach Ark. Schlafe da, bis das Schiff fertig ist. Also schlaf da einfach mal irgendwie 48 Stunden. Wisst ihr, was YouTube da gemacht hat? YouTube jetzt speziell für Gamer? Nö. Keine Ahnung. Was soll, was hat YouTube gemacht, Norti? Ich weiß es nicht. Ähm, keine Ahnung, was die gemacht haben. Ich versuche mal gerade den Chat noch ein bisschen nachzulesen. Hast du eine extra Magier gewählt oder kannst du auch irgendeine andere Klasse spielen? Es gibt drei Skillbäume, ähm, Aquaculinaris. Und zwar Krieger, Schurke und Magier. Und jeder dieser drei Bäume unterteilt sich dann nochmal dreimal. Das heißt, du kannst quasi einen Defensivkrieger spielen, einen Schutz, also einen Schutzkrieger, einen offensiven Krieger bei, äh, Schurke, einen Waldläufer mit Pfeil und Bogen, Schleichen mit Deuchten und Kritz oder mit Giften. Und Magier kannst du halt spielen, einen Elementarmagier mit Feuereis und Dosenbier, einen Lichtschattenmagier mit Licht, äh, zaubern und, ähm, Schattenzaubern oder eine so eine Art Necromantie-Blutmagier mit Beschwörungszaubern und Schaden, die dir selbst Schaden zufügen. Und ich möchte jetzt bitte irgendwo hin, lass mich bitte einfach irgendwo hin, bitte. In den Sonnentempel, Plix. Da weiß ich wenigstens, dass ich resten kann. Ah. Bethesda wird sich die gleich geschnappt haben, wobei sie in einem Interview gesagt haben, Lone Rider, dass der führende, kreative Kopf, als wenn er ein Wunschstudio äußern könnte, tatsächlich, äh, angegeben hat, dass er am liebsten bei, ähm, CD Red, also CD Projekt Red, den Machern von Witcher 3 arbeiten wollen würde und eventuell sich da bewerben möchte. Ob er das geschafft hat oder gemacht hat, weiß ich nicht, aber das hat er im Interview zumindestens gesagt, dass das so quasi die Schmiede wäre, für die er am liebsten arbeiten würde. So, Zeit verstreichen lassen. Ich brauche ein Bett. Ich brauche ein Bett. Ja, ich schreite wohl in mein Bett. Dankeschön. Ja, ab und zu Dr. D. crasht es mal, aber es ist vielleicht in einem Stream ein, zwei Mal, also in sechs Stunden. Also, es hält sich in Grenzen. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, es ist jetzt super nervig, Dr. D. Wichtig ist, glaube ich, dass du halt in dem Launcher diese Tweak, One-Tweak-Klamotter aktivierst. So, zum Luftschiff gehen, wunderbar, Dankeschön. Hast du schon mit Kalia geredet? Ich glaube, das haben wir gemacht. Ich glaube, das haben wir gemacht. Nerfable. Ich glaube, das haben wir gemacht. Fucking awesome, sei gegrüßt. Markus, YouTuber kennt nur Gaming-Content und stellt diese auf YouTube Gaming. Da hast du nun auch einen Kanal. Da hatte fucking awesome, nee, oder war es Dr. Planlos? Mal einen coolen Satz zu Google Plus gemacht. Google Plus ist wie Facebook, nur ohne Menschen. Ja, so ungefähr ist auch, glaube ich, YouTube Gaming. Das ist wie Twitch, nur ohne Zuschauer. Von daher, ich meine, ähnliches Phänomen ist ja auch bei Hitbox, ne? Ich meine, technisch ist es vielleicht ein bisschen ausgereifter, aber es ist halt kaum Zuschauerschaft. Du kannst halt so schön vor dich hin streamen, stört auch keinen und, ja. Zürich, sei gegrüßt. Sehr gut. Hast du eigentlich schon diese neue neremesische Magierin gesehen? Pegas, oder wie sie heißt? Ich hab von ihr gehört, ja. Das wäre auch gut. Die Witcher-Entwickler sind auch gut. Bin mal gespannt, was nach Witcher 3 kommt. Cyberpunk, Lone Rider. Das nächste Spiel von CD Red wird Cyberpunk 2077 sein. Die Frage ist wann. Ob das schon jetzt nächstes Jahr kommt oder noch länger? Abwarten. Aber das wird wahrscheinlich das nächste Spiel sein. Was muss man im Launcher aktivieren? Da gibt's irgendwo oben so einen Knopf, der heißt... Boah, ich kann eben rausnehmen, warte. Der heißt, unter den Einstellungen ist dann oben direkt in den Grundeinstellungen One Tweak. One Tweak reduziert Abstürze, limitiert dabei jedoch eure Auflösungsoptionen. Dann solltest du aktivieren. Wenn der Knopf aktiv ist, läuft es deutlich stabiler. Den hab ich halt aktiv und von daher ein, zwei Abstürze im Stream. Und damit kann ich halt leben und der ist halt meistens beim Zonen. So, ich schweige ja jetzt nochmal, weil wir jetzt hier wieder Zonen. Achso, ich muss hier wieder reintabben. Entschuldigung. So, jetzt speichere ich nochmal. Dankeschön. Passt. Advanced, sei gegrüßt. Gibt es auch Giftzauber? Hier, Gregor. Ah, da seh ich dich übrigens. Nochmal danke, Gregor, für die Unterstützung. Sowohl in Subform natürlich, als auch jetzt gerade durch die Unterstützung. Dankeschön, mein Lieber. Könnte von mir gewesen sein, aber ich rede zu viel. Ich weiß nicht mehr, was ich vor 10 Minuten gesagt habe. Dr. Planlos, sei gegrüßt. Das merkst du dir bitte, sonst heißt es wieder, ich hab dich nicht gegrüßt. Gibt's denn wohl auch Witcher 4? Ich glaube nein. Ich glaube nein. Also, es wird wahrscheinlich, so mein Gefühl, vielleicht ein ähnliches Spiel wie The Witcher geben. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht mit Ciri als Hauptperson ist, also The Witcheres oder die Auserwählte oder wie immer man das mit Ciri in der Hauptrolle nennen will. Ich glaube nicht, dass wir nochmal unbedingt Geralt als Witcher sehen in Witcher Prequel, Sequel. Alter, der hat keine Manieren, der Bauer. Ähm, glaube ich eher nicht. Man erwartet euch. Ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Ja, und sprecht mal den Namen von dem Typ aus. Um genau zu sein, werden sie gar nichts lenken müssen, weil Gertrude von alleine fliegt, sobald die Koordinaten eingestellt sind. Er dankt euch, Thealor Aranteal. Jeder andere Großmeister hätte ihn verlacht und in den Karker geschmissen, aber ihr habt ihm zugehört. Nun wird er der Erste seines Volkes sein, der den Urvätern entgegentreten darf. Schreitet wohl und viel Erfolg in eurem Kampf. Danke. Die anderen erwarten euch bereits. Eines wollte ich euch noch geben. Diese Brosche hier gehörte meinem Sohn. Ich will, dass ihr sie habt. Urvätin. Narasuls Brosche wurde ins Inventor. Okay. Äh, wie ist die Lage in der Stadt? Stabil. Scharims Siegel halten. Und die Neremesen wagen es wie erwartet nicht, uns vom Herzland aus zu attackieren. Die Bürger fühlen sich sicher und das ist gut. Chaos innerhalb der Mauern ist das Letzte, was wir jetzt brauchen. Nur, der rote Wahnsinn wird immer schlimmer. Die Bauern berichten von Menschen, die in den Wäldern umherirren und sich verhalten wie wilde Tiere. Die Läuterung ist nah. Das spüre ich. Okay. Okay. Ähm, und, äh, Lea Theos hat gefragt, ähm, ob ich die Mod empfehlen würde, auf jeden Fall. wir spielen sie heute in den 13. Stream und so lange würde ich kein Spiel spielen, wenn es mir nicht gefallen würde. Lea. Von daher, absolute Empfehlung für ein Spiel, was umsonst ist oder eine Mod, die umsonst ist. Für so ein Spiel zahlst du normalerweise locker 50, 60 Euro und du kriegst es einfach umsonst geschenkt, wenn du Skyrim in der Bibliothek hast. Das ist, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist quasi ungeschlagen. Das hab ich noch nicht erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Herzlich willkommen an Bord. Wie stehen die Dinge? Seid ihr bereit? Ja, ich bin bereit. Jenny, komm gut ins Bett. Wohl an denn. Alle an Bord! Dann hoch mit der Rappe! Sie startet! Und los! Äh, äh, nicht, dass ich hier gleich durch die Welt glitsche. Das ist unglaublich. Fleek! Schon cool gemacht. Fleek! Fleek! Von wem ist denn das? Das hier? Das ist von Shure AI. Das ist ein kleines Entwicklerteam aus München, aus Deutschland. Das ist eine deutsche Mod. Die wurde jetzt auch lokalisiert ins Englische. Deswegen spielen sie auch mittlerweile Streamer wie Dance Gaming. Aber das ist von einem Team aus München ansässig. Mit Jesper sprechen oder schlafen legen. Dann reden wir mal mit Jesper. Warum? Naja, es ist gut, dass du kommst. Ich wollte dir nämlich noch etwas sagen. Hast du kurz Zeit? Sonst wäre ich nicht hier. Das ist ein Argument. Ich, ähm... Wie sage ich das? Ich wollte dir danken. Du weißt es vermutlich gar nicht, aber unsere Zusammenarbeit und alles, was passiert ist, äh... hat eine Menge in mir losgetreten. Ich glaube, ich habe etwas... begriffen. So pathetisch das nun auch klingt. Was? Es ist schwer in Worte zu fassen. Weißt du... Ich stehe nach wie vor zu dem, was ich dir damals im Tanz der Nomaden erzählt habe. Dass wir alle nur so handeln, wie wir handeln, weil wir uns Glück davon haufen. Aber irgendwie... Vermutlich auch durch meinen Vater... ...habe ich Verantwortung zu übernehmen und das Leben zu genießen. Immer als zwei Dinge gesehen, die sich gegenseitig im Weg stehen. Aber eigentlich... ...ist das genaue Gegenteil der Fall. Wir Menschen sehnen uns nach Bindung. Ob zu einer Sache oder zu einem Menschen. Das liegt einfach in unserer Natur. Und... Ich glaube, wer davor auf Dauer wegläuft, schneidet sich nur ins eigene Fleisch. Wobei ich gerade noch mal ein bisschen überlege. Er hatte uns ja in der Vergangenheit die Frage gestellt... Wenn... ...ein Mann sein... ...seine Frau oder das Kind schlägt. Ist er schuld? Oder ist der Vater des Vaters daran schuld, weil er schon den Sohn geschlagen hat? Und jetzt hatten wir ja gestern die Szene... ...wo... ...unser Vati... ...auch Mutti geschlagen hat. Und ich frage mich, ob das noch irgendwie zusammenhängt. Finde ich interessant, dass das Spiel bzw. Shure AI diese Thematik an zwei Punkten... ...bei zwei Charakteren halt aufgreift. Du meinst, wir alle brauchen etwas, wofür wir leben? Vielleicht... ...vielleicht auch nicht. Am Ende kann ich auch nur für mich sprechen. Fakt ist aber... ...dass es sich... ...ich weiß nicht, dass es sich anfühlt, als ob ich der Welt schulden würde, gerade hier zu sein. Als ein Teil von etwas Bedeutsamem. Aber ich mag dieses Gefühl. Und das überrascht mich. Egal wie all das ausgeht. Ich bereue es nicht. Keinen Deut. Und das gilt auch für unsere Freundschaft. Das wollte ich dir sagen. Sie bedeutet mir etwas. Und ich bin froh, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Warum auch immer sie es damals getan haben. Das kann ich nur zurückheben. Danke. Aber genug der weisen Worte. Du solltest dich noch etwas ausruhen. Wer weiß, was uns da oben erwartet. Beendet. Jeder Tag wie der letzte. Teil 5. Beendet. Mit Jasper sprechen. Mit Kalja sprechen. Und die Skybox, muss ich sagen, erinnert mich tatsächlich gerade so ein bisschen an No Man's Sky. Weil ich gerade auch auf solchen Planeten, solchen Giftplaneten bin. Wo es auch immer grün ist. Und wir haben hier die No Man's Sky Skybox. Die ist schön, muss ich sagen. Also. Ich mag die. Finde ich schön gemacht. Ein neues Metal Gear. Das ist ja Schnarch. Ne, Survival. Nicht Metal Gear Schnarch, sondern Metal Gear Survival. Es ist. Dope. Und sei gegrüßt. Ich hatte dich noch gar nicht. Schönen guten Abend dir. Und Amy. Vielen lieben Dank, meine Gute für den Host. Dr. Planlos. Nicht über die Stränge schlagen. Wir müssen mal wieder andere Seiten hier aufziehen. Nicht jeder Kommentar muss ein Troll sein. Ab und zu ist ja okay. Aber nicht übertreiben. Was? Das sind Polargichter? Nichts Gift? Ja, was weiß ich, was das ist. Sieht halt aus wie grün. Grünes Gift. War wir hier in Dark Souls 2? Willst du sagen? Hier in den komischen schlicke schlanke Kacke? Ist hier ein Polarding? Ne, das war Gift. Ich geh doch da nicht in den Polarnebel. Hallo, Kahlia. Saira, wie geht's? Gut. Lassen wir das einfach. Wenn ich eines nie beherrschen werde, dann ist es Geplänke. Komm, ich wollte dir was zeigen. Ich konnte nicht schlafen und hab mich deshalb ein wenig umgesehen. Schon erstaunlich, dass Kurmai dieses Schiff nur mit seinen Maschinen gebaut hat. Hieran würden 100 Handwerker jahrzehntelang werkeln. Was hast du denn gefunden? Was hast du denn gefunden? Obwohl schlecht sieht die nicht aus. Und die hat dieselbe Frisur wie ich. Und ihr sagtet, ich hab ne Kackfrisur. Bereit? Da, guck. Die hat dieselbe... Die ist voll modisch. Und ich auch. Ich wusste vorher, wie modische Frisuren in diesem Spiel sind. Und der... Der Chat hat mich geflamed. Bööö, wie kannst du die Frisur nehmen? Exakt dieselben Frisuren. Wir sind... Die... Was ist das eigentlich für ein Zeichen? Wir sind... So? Weiß ich nicht. Wir sind die... Die coolen Sis hier vom... Vom Enderal-Club. Breit. Für was auch immer. Gut. Es ist wunderschön, findest du nicht? Was? Die Frisuren, aber... Hä? Achso, das... Ich mag die Frisur. Siehste? Da spricht endlich meine Frau. Caro gibt mir recht. So. Männer. Seid still. Ihr habt keine Ahnung. Hä? Wo ist sie hin? Hat die sich jetzt weggeportet? Und wie hast du das gemacht? Würde ich auch können. Was ist das? Und wieso ist das hier im Schiff? Holy moly. Es ist wunderschön, findest du nicht? Diese Kugel hält uns in der Luft. Es ist, äh... Beruhigend zu wissen. Da bist du nicht allein. Jedenfalls... Er kann es nicht glauben. Nein! Er kann es einfach nicht glauben. Oh verdammt. Lass mich raten. Kuramai hat uns keine Erlaubnis gegeben, hier zu sein. Nein. Schnell, versteck dich. Hahaha. Drück mal F5. Ist ja auch unmöglich, dieses Ding aus Fallout noch zu toppen. Ja mein Gott, wir waren die post-apokalyptische Moped-Braut. Die muss halt tough aussehen, Dr. Planlust. Da kannst du nicht, äh... Hier Heidi Klumms Next Bums Model nehmen. Und so sah die aus. Die war einfach cool drauf. Aber drauf. Ich glaube, ich muss da zu ihr, ne? Du rennst stattdessen wild umher und öffnest Türen. Und nein, nicht dieser Blick. Beim nächsten Mal hat das Folgen. Tja, ähm... Gut. Glück gehabt, schätze ich. Ja. Hahaha. Saira, das... Ich... Was ist denn? Das... Beim Namen der Sonne, ich kann das gerade einfach nicht glauben. Wir sind auf einer Mission, von der das Fortbestehen der Menschheit abhängt. Und anstatt unsere Waffen zu schärfen und düster daherzureden, verstecken wir uns vor dem Kapitän wie zwei Kinder, die einen Apfel gestohlen haben. Das ist doch skurril, oder? Einfach skurril. Naja, von düster daherreden, sind noch keine Schlachten gewonnen worden. Das stimmt. Naja, jetzt sind wir wohl erstmal eine Weile hier. Und ich bin sogar ganz dankbar drum. Ich muss sagen, es steckt echt viel Liebe da drin. Sogar, dass sie halt eben versucht haben, eine Hautpigmentierung hinzubekommen mit Muttermalen und so. Finde ich gut. Also es ist echt detailreich. Das stimmt. Was ist eigentlich mit dir los? Du wirkst anders. Im guten oder im schlechten Sinne? Im guten? Ja. Das tut gut zu hören. Weißt du, Saira, ich habe nachgedacht. Über die Sache im Schloss und über unser Gespräch. Okay, das ist das Ding. Dass man immer gegen die Meinung von Markus ist. Okay, verstanden. Ähm, ähm, ich hasse die Frisur. Die ist ganz schrecklich. Ja. Toll. Jetzt hattet Caro auch verstanden. Danke, Chat. Jetzt habt ihr die einzige... Jetzt ist sie auch ruiniert. Ach, Mann. Verdammt. Jetzt brauche ich wieder neue Zuschauer. Keiner ist für mich. Mit welchem Ergebnis? Du hast mir doch gesagt, dass es nicht richtig war, was ich gesagt habe. Du weißt schon, dass ich das etwas in mir nie kontrollieren können werde und dass es vielleicht das Beste wäre, einfach aufzugeben. Zuerst war ich dir irgendwie dankbar dafür, weil ich weiß, wie du es gemeint hast. Aber dann habe ich nachgedacht und begriffen, dass ich vielleicht gar nicht so... so falsch lag. Weißt du, mein ganzes Leben lang habe ich versucht, es zu verbannen. Und jedes Mal, wenn ich gescheitert bin, habe ich mich dafür gehasst, weil ich dachte, dass ich der Grund dafür bin. Aber das war der falsche Weg, von Anfang an. Es ist ein Teil von mir, so wie meine Erinnerungen, meine Werte und auch mein Körper. Der einzige Weg, es auszulöschen, wäre, mich zu töten und das kann ich nicht. Nicht jetzt, wo so viel auf dem Spiel steht. Und auch nicht in der Zukunft. Wenn es dann eine gibt. Und was bedeutet das nun für dich? Was wirst du tun? Nichts. Ich werde nichts tun. Schau, Saira, wohin hat mich denn diese Selbstkasteiung geführt? Was habe ich damit schon erreicht? Ich steuere nicht. Also der macht gerade selber. Der ist der Weg, einen unliebsamen Teil seiner selbst zu kontrollieren, ihn zu akzeptieren. So verabscheuenswert er ist. Denn je mehr ich ihn zu verdrängen versuche, das Problem besetzt sich nicht wirklich mit ihm auseinander. Verstehst du? Ich mache mir keine Illusion, sage ich. Mit diesem etwas zu leben wird mir bis ans Ende meiner Tage zu schaffen machen. Es wird immer wieder Momente der Schwäche geben, welche in denen es versuchen wird, mich zu übernehmen. Aber ich werde ihm jedes Mal widerstehen. Und zwar ohne mich im selben Atemzug für mein Wesen zu verdammen. Und in der Zwischenzeit werde ich leben. All das tun, was ich mir immer verwehrt habe. Freundschaften aufbauen. Tanzen gehen. Auch wenn letzteres vermutlich ein erheiternder Anblick wäre. Malbe, Jubiläumslöken. Egal worum es ging, du hast recht. Danke Malbe. Das hilft ungemein. Dass mich jemand bestärkt. In dem, was ich hier tue. Danke für die Unterstützung. Viel Spaß weiterhin mit den Memotes. In einer klimatisierten, werbefreien Garage. Herzen für Malbe. Dankeschön. Und bleib uns weiter erhalten. Und in Generatorräumen einbrechen. Und das. Klingt jedenfalls nach einer schönen Perspektive. Und was wirst du tun? Aber wir könnten doch zusammen nackt schwimmen gehen. Und uns danach am Lagerfeuer wieder aufwärmen. Hm. Warum ist das keine Option? Dann bis bald. Mit Sicherheit. Und ab auf die Couch, Lörken Malbe. Dann gut, Lörk. Und nochmal vielen Dank, mein Lieber. Äh, wie komm ich denn hier raus? Äh, wo muss ich denn hin? Ach da. Und hier und da und dort und hier rum. Und darüber und da hoch und da rein. Und ziehen am Kettchen. Das ist fein. Äh, kann ich nicht. Kann die Tür nicht zumachen. Äh, was ist denn jetzt die Quest? Keine Ahnung. Ich geh jetzt erstmal hier raus. Ich hab keine Quest. Das ist, äh... Ähm. 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 Gucken wir mal aufs Deck. Ähm. Eigentlich gar nix. Markus ist halt kein Geralt. Wie geht es euch? Ja, später. Mal versegne euren Weg. Ähm. Ich frag mich gerade, ob wir gerade einen Bug haben, weil die Quest nicht als abgeschlossen steht. Nö, mit Kalia, mit Jesper. Zum Luftschiff gehen oder schlafen legen. Warten, bis der gute Start bereit ist. Mit Jesper, mit Kalia reden. Und, hm, okay. Von daher kann ich nichts machen. Die Tür, die sie erwähnt hat, kann ich aber auch nicht schließen. Weil du eine Frau spielst. Ja, aber die können doch auch zusammen. Oder nicht, Kagamichi? Also, das wär ja schon dann... Äh, ne? Müsste ja wohl auch gehen. Wie mach ich die Tür denn zu? Äh, wollt ihr euch schlafen legen? Die Antwort ab oder erst mit euren Gefährten sprechen. Ja, ich hab mit denen gesprochen. Schlafen legen. Ihr seid eine Stufe aufgestiegen. Wie viel hab ich denn jetzt? 165. Okay. So ein Unsinn. Und jetzt Ruhe. Ah, da seid ihr ja. Ich wollte euch gerade wecken kommen. Wir sind vor gut drei Stunden in dieses Tal eingetreten. Tal der tausend Wolken. So nannte der Sternling es. Wie in den Unliefern also. Aber bisher ist es ungewöhnlich... Naja, ruhig. Mhm, mhm, mhm. Und nun? Sehen wir uns das Ganze erstmal aus der Nähe an. Der Rest wird sich zeigen. Okay. Ja, dann. Wir laufen ein. Wir laufen ein. Gleich sind wir da. Am Steg. Wobei der auch irgendwie komisch aussieht, aber... Oh, und das schwebt. Na gut, das ist wirklich ein Stern-Ding. Es schwebt im... Nirgendwo. Was? Markus und Grau? Ich werd alt. Ja, ich... Ich werd grau, Petra. Der Bart wird hier partiell grau. Keine Ahnung. Ich kann ja nix dafür. Oder ich müsste ihn mir färben. Er wird sie finden. Er wird sie finden. Hey, wartet! Das ist gar nicht klug. Komm, nehmt eure Ausrüstung. Wir müssen ihm folgen. Kuramai folgen. Enderal ist so wunderschön. Ich find's auch ziemlich geil. Äh, ich frag mich gerade, wie ich dich ausspreche. Äh, esch, äh... Äššti. Also so wie Eis-Tee, nur mit äh, ja? Äšti. Ja, sage Grüß. Ich find's auch ziemlich geil. Muss ich sagen. Das hat mich auch direkt angesprochen. Stecken halt ziemlich viele Ideen drin, die ich richtig geil finde. Gucken wir uns mal ein bisschen hier um. Eshti. Oh, nisch. Eshti. Eshti. Ah! Also mit SH. Eshti. Okay. Entschuldigung. Habt ihr euch jemals gefragt, woher die Pläne für das Leuchtfeuer ursprünglich stammten? Wie Aranteal gesagt hat, sie weisen eine Menge Ähnlichkeiten mit der Technologie auf, die Kurmaj für das Luftschiff verwendet hat. Tornado Snake, sei gegrüßt. Schönen guten Abend. Vielleicht waren es also die Urväter, die auch das Leuchtfeuer entworfen haben. Ist gut. Chill. Ich mach mal ein Bild davon, Karamichi auf Instagram. Da sind keine Löcher, da sind alles weiße Haare. Grau. Ich bin alt. Ich bin alt. Kurmaj. Ja. Ja, ja. Er ist hier. Ver... Verzeiht. Es tut ihm leid, Magistra Yaela. Es war ein Fehler, hierher zu kommen. Dieser Ort ist tot. Die Urväter sind mit ihm gestorben. Wohl schon seit Jahrhunderten. Jetzt beruhigt euch doch mal. Woher wollt ihr überhaupt wissen, dass sie tot sind? Vielleicht sind sie ja einfach nur... Ich weiß nicht, geflohen? Ja. Natürlich. Es tut mir leid, dass dieser Ort nicht euren Erwartungen entspricht. Wirklich. Aber Verzweiflung hilft uns jetzt nicht weiter. Und bevor wir irgendetwas Schluss folgern, sollten wir uns diesen Ort erst einmal ansehen. Meint ihr nicht? Die Frage ist nur, wie wir dort hineinkommen. Hm. Wir könnten versuchen, das Tor irgendwie aufzubrechen. Sehr guter Vorschlag, Julian. Habt ihr einen Rambok zur Hand? Müraden groß vorzugsweise? Wer ist mit rüberklettern und außen rum? Ja, eben. Vermutlich, ja. Dann suchen wir ihn. Dalwarek, ich schlage vor. Ihr begleitet Kurmai und geht in Richtung Süden. Liam und ich erkunden den östlichen Teil der Stadt. Und ihr? Ihr übernehmt gemeinsam mit Hüterin Sakaresch den Westen. Wer etwas findet, ruft die anderen. Also, los geht's! Den Seitenangang, das ist ein nächstes Turm finden. So hat er sich das sicher nicht vorgestellt. Bleibt nur zu hoffen, dass die Architekten ihr Wissen nicht ins Grab oder sonst wohin mitgenommen haben. Diese Suche wird interessant. So viel steht schon mal fest. Komm, geh du vor. Ich bleibe hinter dir. Ja, so natürlich. Die will immer nur von hinten und ich muss immer vorne. Und in die Kamera pusten, abgesehen von allem, was jetzt da auch noch stand. Nee, weil dann spinnt der Greenscreen. Ähm, deswegen dampfe ich immer nach unten, um möglichst wenig Turbulenzen zu erzeugen für den Greenscreen. Weil dann kann er nicht vernünftig ausgekihlt werden, weil der Dampf zu dicht ist. Ähm, deswegen mache ich das halt immer irgendwie nach unten. Sonst spackt die Kamera rum. Äh, wo sind wir eigentlich? Nur mal so jetzt von der Karte gesehen. Also, wir sind quasi... Also, da, aber oberhalb, ja? Also, das heißt, ja, das soll ja so aussehen, als ob wir quasi hier oben jetzt in der Luft... Ah, nee, wir sind hier oben in der Luft. Also, über dem Berg quasi. Ja, ich hätte fast getippt, dass wir hier oben sind. Aber hier sind wir tatsächlich nicht. Also, hier kommen wir dann wohl doch noch hin irgendwann. So, und ich muss in den Westen. Der Westen ist da. Habe ich eine Quest. Ja, aber da ist nichts, was ich sehen kann. Okay. Soundraiser. Schönen guten Abend dir. Ich sollte doch den Westen nehmen, oder? Äh, ein Seiteneingang. Meine Ahnung. Oh, hier ist aber kein Seiteneingang. Hier ist eher nix. Alter! Schieb mich da bitte bloß nicht runter. Okay, hier ist einfach gar nix. Männer werden mit dem Alter immer besser. Beispiel George Clooney, Johnny Depp, Hugh Jackman. Oh, da hat Caro aber echt die Perlen rausgepickt. Das stimmt wohl. Dann habe ich ja doch noch Hoffnung. Hier ist aber auch nix. Und Adi, kein Backseat Gaming, keine Tipps bitte. Wenn du hat, weißt. Schön. Ich will es aber selber rausfinden. Wenn nicht, frage ich schon nach Hilfe. Ah, hier ist schon mal ne Tür. Den Seiteneingang in den nächstes Turm finden. Das Innere der Nexus-Halle erforschen. Hat die gerade ihre Haare verloren beim Reingehen? Okay. Ich speichere nochmal. Mechanistenhallen. Okay. Haben wir hier ne Ingame-Karte? Oh Gott, das ist die... Oh Gott, das Gebiet scheint ja riesig zu sein. Aber wir haben ne Ingame-Karte. Okay. Ja, kein Problem. Ist ja nix passiert. Deswegen habe ich es ja nochmal extra gesagt, Adi. Von daher, alles gut. Alles gut. Äh, ja, schauen wir uns um. Wie viele Akkandisten-Wahnsinn habe ich eigentlich? Muss ich mal 7%? Äh, wie viel mache ich? 15 am Tag kann ich. Naja, warten wir noch ein paar Prozent, bis ich das Ding mal wieder nutze. Ich kann ja die 7% wegmachen mit dem Zauber. Aber, ja, das 7 lohnt sich jetzt nicht wirklich. Perücke. Genau. Die ist einfach mal beim Zonen weggefallen. Kann man irgendwo schauen, äh, wann mein Subscribe ausläuft? Ja. Auf der linken Seite, wenn du in Twitch eingeloggt bist, gibt es, äh, Abonnements auf Deutsch oder Subscriptions auf Englisch auf der linken Seite in deinem Menü, wo du auch die Nachrichten findest, Pipa Pops. Äh, da klickst du drauf. Dann kriegst du alle aufgelistet, wo du abonniert hast. Und da steht, wie lange sie laufen, wenn du auf Zahlungsinformationen gehst. Und da könntest du auch kündigen. Wenn du mit Paypal halt machst, geht's ja quasi unendlich, bis du halt sagst, du willst nicht mehr. Was ist das? Alter Dynamo. Okay, was ist das denn? Das ist ja hier ein Riesen-Mech-Moped. Äh, ich hab schon die Befürchtung, dass wir irgendwann gegen diese Dinger hier kämpfen müssen. Holy moly. Und ich bin gerade ehrlich gesagt immer versucht, die, ne Scan-Taste zu drücken. Ich hab in den letzten Tagen noch nebenbei so viel No Man's Sky gespielt, wo du ja regelmäßig scannen kannst und dann die Umgebung siehst und das gehighlighted wird. Ähm. Irgendwie will ich hier immer irgendwas drücken, um zu scannen. Das ist ein sehr komisches Gefühl. Und dann fällt mir ein, ja gut, in Enderal kann ich nichts scannen. Da kann ich nur hier den Dittrich kaputt machen. Den Olli. Mann! Ich darf wieder nicht reden, ich darf nicht denken, ich darf nicht atmen. Darf ich überhaupt was? Ich find's deutlich schwerer als in Fallout. Alte Kristallmünze. Okay, kann ich mal mit. Kann es sein, dass Lester das normale Skyrim noch nie gespielt hat? Ja. Ist so. Doktor. Doktor D. Hab ich noch nie gespielt. Also kein Oblivion, Morrowind, Skyrim. Noch nie gespielt. Ich hab direkt hiermit angefangen. Gesellenbuch Lichtmagie. Geselle? Nee, Lehrling. Geselle war von 50 bis 75, ne? Das heißt, das brauch ich jetzt, glaub ich, noch nicht lernen. Experte war? 50 bis... Nee, war Geselle das Richtige? Ja, das lern ich. Gesellenbuch Fernkampf. Naja, nehm ich mit, brauche ich nicht wirklich. Kann ich vielleicht mal alles verkaufen. Hier haben wir noch einen Trank, den nehm ich mit. Stärketrank. Die kann ich alle immer ganz gut verkaufen, die Tränke. Feuertrank. Feuer Gift. Nehmen wir mal mit. Hier sind auch noch ein paar Tränke. Gift. Schock. Und Erinnerungsbuch. Ein Erinnerungspunkt. Oh, den nehm ich natürlich gerne. Ein Erinnerungspunkt. Diesmal kein, kein Handbuch für, äh, sondern tatsächlich ein Erinnerungspunkt. Das nehmen wir natürlich gerne mit. Können wir nämlich gleich zwei Punkte skillen. Ha, sie hat immer recht. Ja, das stimmt. Da hab ich wenig Chancen. Das ist wohl wahr. Ha, sie steht über allem. Ja, so ist das halt. Im Hafen. Wenn du da gelandet bist. Oh, da sind Wölfe. Sind die freundlich? Ah, ne. Freundlich sind die nicht. Ja, ich weiß. Die haben ja auch dezent mal wegge... Was? Muratte? Eine Muratte. Was immer eine Muratte ist. Ich nehm's mit. Hier geben Fleisch und Zeug und... Und überhaupt. Alles mitnehmen. Können wir verschnabulieren. Stimmt es, wenn man Skyrim schon hat, dass man die überarbeitete Version kostenlos bekommt? Wenn du die Legendary Edition hast oder Skyrim und alle DLCs. Dann, ja. Nur Skyrim? Basisversion? Nein. Wie gesagt, Legendary oder die normale und alle drei DLCs. Dann kriegst du die neue, die im Oktober, November kommt, umsonst. Die überarbeitete, ich nenn's mal Remastered. Ob die wirklich Remastered ist, das bleibt abzuwarten. Da weiß ich noch nicht viel drüber. Von daher, ich bin halt gespannt, ob die dann endlich auf 64-Bit läuft. In Skyrim musst du gegen fette Maschinen kämpfen. Hab ich ja noch nicht gespielt. Von daher... Ich dachte immer, Skyrim ist Kämpfen gegen Drachen. Das sind Sternlingsklüfen. Könnt ihr das übersetzen, Kurmai? Links steht... Suriai. Das bedeutet so viel wie Werkstatt und rechts Wohnraum. Ich denke, über das Suriai kommen wir nach oben. Wer hat denn nicht 64-Bit? Skyrim. Skyrim läuft auf 32-Bit. DX9, 32-Bit. Weil es halt schon so alt ist. Damit kann ich nicht interagieren. Hab heute gelesen, dass Bandai in den nächsten Tagen bekannt gibt, was es für ein DLC wird. Ja, hatten wir gestern schon in der News. Zu Startbeginn, Dashboard, 24. August. Wird das kommen. Die Ankündigung zu Dark Souls. Wahrscheinlich wann und was es für ein DLC wird. Also da den 24. August vormerken. Und dann gibt es am 24. Ein bisschen weiter. Weil es ist der 24. Wochentag. Keine Ahnung. Dann gibt es natürlich auch die News hier. Direkt wieder zu Slash informiert. Ah, hier ist aber nix. Aber sie sollen ja eigentlich die Bosse spoilern. Ja, Kagamichi. Ich wette mit dir. Die werden einen Trailer raushauen. Und da werden Bosse zu sehen sein. Also wenn du dich wirklich ganz, 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 gar nicht spoilern willst. Dann darfst du den Trailer nicht gucken. Ich gehe davon aus, dass es wieder... Ich meine, du wurdest ja schon im Intro von Dark Souls 3 gespoilert. Genau wie in den anderen Dark Souls. Welche Bosse es gibt. Und das wirst du wahrscheinlich auch wieder im Trailer sehen. Weil sonst können sie nichts zeigen. Was sollen sie zeigen? Wie jemand seine Axt schwingt? Das ist nicht episch. Da wird wieder epische Musik sein zu irgendwelchen coolen Bosskämpfen. Wie halt die üblichen Trailer. Weißt du doch. Aber hier oben ist anscheinend nichts. Nichts Kistiges. Nichts Lootiges. Von daher nur eine Tür. Schön episch die Axt schwingen. Ja, wahrscheinlich im Schneegebiet auf Ponys. Episch entgegenreitend dem Smelter-Dämon. In weiß. Der ist dann nämlich getarnt im Schneegebiet. Den sieht man nämlich nicht. Nächste Woche Mittwoch ist das. Okay. Ja, dann gibt es abends natürlich Slash informiert. Weil Mittwoch streamen wir ja. Also ich wüsste nicht, warum wir nicht nächste Woche Mittwoch streamen. Schale des alten Volkes. Ich drück mal 5. Was? Moment, wo ist Kurmai? Kurmai? Ja. Was zum Henker? Er war doch gerade eben noch hier. Weg. Ja, wunderbar. Wir müssen ihn finden. Los, teilen wir uns auf. Wir treffen uns hier wieder. Haha. Das sind immer die besten Pläne. So beginnt ja jeder Teenie-Slasher. Komm, lass uns mal in den Wald knattern. Da sind wir von den anderen entfernt. Oh. Du wolltest gemeint, es gibt es spinkeln. Wieso bist du tot? Das ist diese Slasher-Logik. Gesellenbuch. Nehmen wir alles mit. Kann ich verkaufen. Der Anfang. Sei gegrüßt. Was soll ich denn hier den Hebel hebeln? Ich hebel mal den Hebel, wa? Der Hebel ist ja markiert. Der Hebel muss gehebelt werden. Hebel, Hebel. Und? Hebel, Hebel. Hebel, Hebel. Mehr Hebel, Hebel. Nein. Aber der Lift hier sieht so aus, als wäre er kürzlich benutzt worden. Aber wieso rennt der Mann überhaupt einfach weg? Das ist doch vollkommen unsinnig. Das könnt ihr laut sagen. Aber das heißt dann wohl nach oben. Sehen wir mal, ob der Hebel noch funktioniert. Ja, hab ich schon. Geht nicht. Hab ich schon fünfmal draufgedrückt? Die bescheuzt. Die bescheuzt. Peter, danke für deinen Host. Schönen guten Abend dir. Ja. Ne, ich wollte mich hier unten noch umgucken. Ihr seid doch bekloppt. Warte mal, ich speichere mal hier nochmal ganz kurz. Nicht, dass der Fahrstuhl jetzt von meiner Nase gleich wegfährt. Apropos Lesver, kennst du eigentlich die Serie Scream? Ja, was hältst du davon? Äh, Lord Mottay. Kann man gut gucken. Die erste Season hab ich gesehen auf Netflix. Ja, kann man gucken. Ist jetzt halt nicht die super komplexe Rocket Science. Aber da ich auch Scream die ersten Teile ganz unterhaltsam fand, kann man die halt wirklich gut gucken. Hat mich nicht gelangweilt, hat mich gut unterhalten gefühlt. Von daher hat gepasst. Gibt's ja, glaub ich, mittlerweile auch die zweite Staffel, oder? Oder die läuft gerade noch, so irgendwie. Da hab ich auch noch nicht reingeguckt. Ich hab nur die erste bis jetzt geguckt. Äh, ich kam von da? Kam ich von hier? Ne, ich kam nicht von hier, oder? Boah, ich weiß es nicht. Doch, ich kam von hier. Markus, das hat genauso viel Logik wie die Tatsache, dass blonde Püppchen in den einzigen Raum flüchten, der keine Fenster und keine Türen hat. Ja klar, Ridiculi. Ich hab die Nachricht übrigens bekommen. Ähm, werde ich noch drauf antworten, Ridiculi. Ähm, kann ich aber schon mal sagen, guck doch einfach mal ins Discord. Da gibt's ne Technik-Area. Und stell doch erstmal schon mal die groben Fragen dar. Dann weiß ich nämlich schon mal, worum es geht. Weil, äh, allwissend bin ich nämlich auch nicht. Der zweite Punkt ist, das ist bei mir immer ne Zeitfrage. Weil meistens dann, wenn ich Zeit habe, schlafen normale Menschen. Ja, deswegen empfehle ich dir schon mal, das, ähm, Discord einzurichten. Weil dann kann man sich nämlich spontan vielleicht da mal ganz kurz beschnüffeln, bequatschen oder auch einfach erstmal chatten. Einfach da in die Technik-Area gucken und, ähm, den Rest kriegen wir sicherlich hin, Ridiculi. Becursive, sei gegrüßt! Ja gut, also müssen wir da drauf. Zweiter Stock, Damenabteilung. Level? How I level up abilities only with books? Yes. Skyfall. Absolutely correct. Not learning by using, like Skyrim. Learning by reading books. You must find books or buy them at Wendors. And I'm currently level 36 and specialized in Elementarismus, Fire and Ice and Light Magic. Um, but now it's getting expensive. So I have no money to buy master books because a stupid master book costs 1300 gold and I don't have, uh, so much. So I can't level the master rank. I am so poor. I'm at level 6. So early beginning, started today, okay. Have fun. It's a neat little game, whereby, uh, little is wrong because it's big. It's a neat game, a neat mod, so have fun and enjoy it. I enjoy it a lot. Uh. But be warned, we are, uh, progressing the main storyline here. So, uh, heavy spoilerino. So, uh, if you don't want to be spoiled, it's a main story quest here, right now. Mit Muratnen. Neh mich mit. Komm, wir machen hier die Ulti. Äh, alle Ratten weg. Sag ich doch. Dann nehmen wir nochmal, äh, was nehmen wir denn an? Eine Beinkeule? Ja, nehmen wir eine Beinkeule. Hm, was nun? Sehen wir uns um. Es muss irgendwo weitergehen. Ah, cool, danke für die Antworten. Kannte ich, äh, gar nicht bis eben. Ja, gib einfach mal Ausrufezeichen Enderal ein, Moses. Ähm, ist halt ein kostenloser Mod für Skyrim. Ein komplett neues Spiel von Shure.ai. Nur auf der Engine von Skyrim. Ist kostenlos, 8,5 GB circa groß. Musst du runterladen. Ähm, wird halt beschrieben in diesem Blogbeitrag, der da kommt, wenn du Enderal eingibst. Und mein Denglish ist wirklich sehr unterhaltsam. Ja, I, I hatte no English at school. In, in my time, ähm, I have learned English later. Than sooner. Und, äh, Sätze riesen, I learned it by myself. Only by watching English Streamers and, äh, DVDs. Eieiei. Ja, nee. Also mein Schulenglisch hatte ich ja schon mehrfach erzählt. Das war eine Katastrophe. Ich hab's halt erst nach der Schule wirklich gelernt. Mit selbst DVDs Englisch gucken. Ich versteh's halt. Ich kann's halt nur nicht so gut sprechen, weil ich da aus der Übung bin. Oder keine Übung habe. Ich kann englische Filme gucken, englische Streamer und verstehe jedes Wort. Das ist nicht das Problem. Nur ich kann's halt nicht selbst sprechen. Ach, es ging um Discord. Ach so. Es ging um Discord. Ja, Discord ist auch cool. Das ist mindestens so cool wie mein Englisch. Und auch so neu wie mein Englisch. Und wo bin ich hier? Wo muss ich hin? Was macht die hier? Mal eben ein bisschen Hanf abbauen? Für unterwegs? Hm. Anscheinend. Habe ich jetzt irgendwas kaputt gemacht? Nimm doch mal eine Beinkeule. Oder was? Ne, was haben wir denn sonst noch hier? Haben wir doch irgendwas? Was ist das? Äh, ne. Grüne Apfel. Ich mag eh keine. Uns weiterarbeiten. Heute wieder ein... Alter Schwede, Fabian. Krieg die Schicht gut rum, mein Guter. Und bis hoffentlich Sonntag dann. Oder morgen über morgen bei anderen Streamern. Ist doch egal, Mann. Versteh dich auf jeden Fall. Man muss ja nicht jeder mit Oxford-Ärzten sprechen. Moses. Danke. Ja, darum geht's. Aber viele sind ja dann direkt am Haten, weißt du? Während, äh... Solange wie man's versteht, denke ich auch, dass es halt geht. Aber mein Englischlehrer selbst sagte mir damals, das hat mich damals in Englisch halt so verunsichert, er sagte, Herr Sless, mit ihren Englisch-Skills überleben sie in einem englischsprachigen Land keine Woche und werden verhungern. Und da war ich als Schüler, der hat mir dann als Schüler gesagt, als Kind, war ich so eingeschüchtert, dass ich die gesamte Schulzeit kein Englisch mehr gesprochen habe. Also, das sind unsere Pädagogen gewesen. Pädagogische wertvolle Tipps. Was muss ich hier machen, verflucht? Muss ich hier mit euch reden? Sehen wir uns hier mal um, Saira. Hab ich. Ich seh nix. Und du? Von hier kam ich doch, oder? Hier waren die Ranten. Das war der Aufzug. Jetzt auf der anderen Seite noch ne Tür? Also, hier ist nix. Das sieht aus wie ne Tür, aber die ist zu. Da ist auch nix. Hier ist ne Wann. Ach, hier ist ne Kette. Äh, ich frag mich gerade, Moment, Moment, was hab ich eigentlich an? Das sind doch nicht meine Sachen. Wieso hab ich was grünes an? Äh, what? Ich hab überhaupt nix an. Warum? Wieso? Vergängert die Abklingzeit von Talenten? Ne, dann nehmen wir wieder den Nimbus. Ne, die Tunika will ich nicht anziehen. Ich will... Äh, was ist das eigentlich für ein Crap? Wo kommt der her? Edle Schuhe? Weg! Gewand ist ordentlich. Das ist weg. Das behalte ich. Und die Tunika kann auch weg. Wann hab ich mich denn umgezogen? Ich hab mich ja irgendwann anscheinend nackig gemacht. Da, fuck! So. So, wie ist es besser? Und ich wundere mich hier schon. Was ist denn da passiert? Hab ich gar nicht mitbekommen. Dass ich mich irgendwann nackig gemacht hab. Irgendjemand hat meinen Charakter einfach ausgezogen. Ja, unfasslich. Okay. So. Hör auf zu quatschen. Wem galt das Todestoast? Galt das mir? Nein, weil mit Sicherheit nicht. Und wenn ihr das nicht gefällt, gibt auch andere Streamer, die vielleicht weniger quatschen. Dann musst du auf die Suche gehen. Dann bist du hier nämlich nicht richtig. Ähm... Schwupp. Zum Glück ist das wieder 18. Ja, aber ich weiß nicht, wer mich ausgezogen hat. Also, stell dir mal vor, das ist wie im echten Leben. Du weißt halt nicht, wer dich ausgezogen hat. Also, das wüsste ich schon ganz gerne. Äh, Sternenstadt? Hab ich hier zwei Wege? Da ist keine Tür. Also, wir kommen nur in die Sternenstadt. Verstehe. Na gut, dann gehen wir mal in die Sternenstadt. Drücken wir mal 5. Zack. Weil irgendjemand muss mich ja ausgezogen haben. Und ich weiß nicht, warum. Weil am Anfang des Streams hatte ich definitiv geguckt, da hatte ich die richtigen Klamotten an. Da... Das muss jetzt irgendwo auf dem Schiff passiert sein oder so. Ich meine nur, weil du vor lauter Gerede dreimal in der Kette vorbeigelaufen bist. Das ist normal. Todes Toast. Das ist normal. Das gehört dazu. Das ist das Konzept des Streams. Und Oreos. Danke für den Host. Äh, Turm der Erinnerungen? Könnte das eine Art Archiv sein? Das wäre doch genau das, was wir bräuchten. Hm, lass mich mal weiterlesen. Verdammt, das ist wirklich schwer. Aber... Bei Malfas, ja! Hm? Wir haben einen Glückstreffer gelandet. Die Prophetin hatte Recht. Das ist ein Archiv. Das Archiv, um genau zu sein. Die gesammelten Erinnerungen der Sternlinge. Aber hier ist nichts außer diesen Kristallen. Das wollen wir doch mal sehen. Kommt! Ich weiß nicht, dass wir uns nicht mehr sehen. Ich weiß nicht, dass wir uns nicht mehr sehen. Dann ist ja auch alles gut. Todes Toast. Ich wollte ja nur sagen, das ist hier immer so. Das muss nicht jedem gefallen. Wir sind natürlich herzlich eingeladen, wenn du daran Spaß hast, mitzugucken. What? Au. Nun sind wir unten. What? Weiß ich nicht. Sogar schon lange vor den Pyrean. Und das, was wir gleich sehen werden, sind ihre Erinnerungen an die Epoche der Pyrean. Ihre Aufzeichnungen, sozusagen. Mhm. Aber wenn die Sternlinge die Pyrean überlebt haben, dann bedeutet das auch, dass sie irgendwann, beziehungsweise irgendwie, von der Läuterung verschont geblieben sind. Das tut es, ja. Sie waren all die Zeit über hier oben und haben nichts getan. Vielleicht waren ihnen die Hände gebunden. Aber warum haben sie den Zivilisationen nicht geholfen, sich gegen die Wohlen zu verteidigen? Vielleicht waren ihnen die Hände gebunden. Aha. Es hätte schon genügt, wenn sie ihr Wissen mit uns geteilt oder von dem Zyklus gewarnt hätten. Ja, haben sie das nicht? Wer weiß. Vielleicht stammt das Leuchtfeuer ja auch von ihnen. Aber wie auch immer, es bleibt Spekulation. Was wir wissen ist, dass der rote Wahnsinn und die Hohen den Sternlingen hier oben nichts anhaben konnten. Und dass ihr Wissen der Schlüssel zur Vollendung des Leuchtfeuers sein könnte. Aha. Kommen in den Erinnerungen der Pyrean. Dann wollen wir doch mal sehen, ob wir daraus schlau werden. Wenn der Großmeister recht hatte, sollte die pyräische Geschichte exakt die verschiedenen Phasen des Zyklus repräsentieren. Tod. Mehr Tod. Weiß ich nicht. Fortpflanzung. Noch mehr Tod. Segnung. Noch mehr Tod. Ganz viel Tod. Ei, ei, ei. Käpt'n Käppi, sei gegrüßt. Charlie! Charlie, du hast doch gestern schon so viel gespendet. Freu mich immer dabei zu sein. Mach weiter so, Markus. Und chat natürlich auch. Petra. Wieder so viel. Vielen Dank für die Unterstützung. Freut mich auch immer, wenn du dabei bist. Macht Herzen für die liebe Petra, für die liebe Charlie. Danke für die Unterstützung. Und Spaß. Genau darum geht's. Und wie gesagt, ich quatsch halt gerne mit euch. Und dann steht das Spiel halt im Hintergrund ein bisschen manchmal. Und dann übersehe ich Dinge. Und Zeug. Danke schön. Okay, dann müsste das ja Schritt 1 sein. Ja, und dann kommt Schritt 3. Die Segnung von den Göttern, oder was? Das hier symbolisiert die Entstehung einer Theokratie. Nach dem Zusammenfall der ersten Zivilisation entsteht die Herrschaft einiger weniger, die sich als Götter verehren lassen. Bei uns waren es die Lichtgeborenen. Bei den Pyräern die beiden Kasten der Sonnenpriester. Seht ihr die Hüte? Das waren ihre Kennzeichen. Und dann geht es trotz Religion den Bach runter. Oder gerade deswegen vielleicht. Das ist Schritt Nummer 4. Der Sturz der Herrscher. Für unsere Ära waren es der Schattengott und Narazul Arantial, die die Lichtgeborenen getötet haben. Im Zeitalter der Pyräer war es dieser Feldherr Jamal. Er war selber Mitglied einer der beiden Herrscherkasten, aber hat sich eines Tages gegen sie gewandt und alle abschlachten lassen. Messer Funkenschlag hat mir alles darüber erzählt. Er war sozusagen der Pyräische Schattengott und der Pyräische Taranoa Kuarek in einem. Und dann kommt quasi... Aber es ist noch nicht der Komplett-Vibe. Der kommt ja da, oder? Okay, dann hören wir uns mal an. Das Chaos, die Kriege und der rote Wahnsinn. Das ist der fünfte Schritt. Seht ihr diese Gestalt im Hintergrund? Das muss ein Symbol für die Hohen sein, die hinter allem stehen. Der Zyklus nähert sich seinem Ende. Der Läuterung. Okay. Und das ist dann die Läuterung? Und das ist der sechste Schritt. Der Zyklus schließt sich, die Läuterung geschieht und die Menschheit verschwindet. Das, was uns bevorsteht. Seht ihr diesen Tempel? Das muss der Tempel der Pyräer in der Stadt der tausend Fluten sein. Ich habe ihn oft auf Steintafeln und alten Reliefs gesehen. Und nach dem sechsten Schritt, nach der Läuterung, geht alles wieder von vorne los. Das ist der endgültige Beweis. Alles, was den Pyräern zugestoßen ist und vermutlich den Zivilisationen vor ihnen auch, passiert auch uns. Aber wie soll uns das bei der Suche nach diesem Numinos weiterhelfen? Im Grunde genommen ist das nur eine Bestätigung dessen, was wir bereits wussten. Ja, aber... Bei den Göttern? Was? Die Menschen? Sie steigen zu den Hohen empor. Beim rechten Weg. Ich... Endlich ergibt es einen Sinn. Warum? Was ist da... Das wir nicht sowieso schon wissen? Die Menschheit verschwindet nicht am Ende des Zyklus. Sie wird zu einem Hohen. Was? Das ist es, wie die Hohen sich fortpflanzen. Oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Seht ihr das denn nicht? Diese Wolken, die zu den Hohen emporfliegen. Das sind unsere Gedanken, unser Bewusstsein, unsere Seelen. Und sie alle gemeinsam ergeben einen neuen Hohen. Ihr meint, ein Hoher besteht aus dem Bewusstsein einer Zivilisation? Ja, aus den Erinnerungen, den Gedanken, dem dunklen Wissen. Aus dem kollektiven Bewusstsein. Das ist... Das ist monströs. Dann ist es das, was wir bei der Erläuterung wirklich... Äh, Entschuldigung. Dann ist es das, was bei der Erläuterung wirklich geschieht? Die Hohen verschlingen das Bewusstsein einer Menschheit und erschaffen daraus einen neuen der Iren? Ja. Ja, beim rechten Weg. Das ist es. Quarek hat recht. Die Menschheit erreicht wirklich eine neue Bewusstseinsstufe. Weil sie zu einem von diesen Biastern wird. Hm. Und was bedeutet das für uns? Wir wissen immer noch nicht, wo dieser Numinos ist. Doch. Doch, das wissen wir. Das Wort der Toten. Ihr sagtet, der alte Mann hat es euch zurückgelassen? Ja, wieso? Dann ist das der Weg. Der Numinos. Ich weiß jetzt, was er ist. Beziehungsweise, womit wir ihn füllen müssen. Mit der Essenz eines Hohen. Mit der Essenz eines Hohen? Wie zum Hacker kommt ihr darauf? Überlegt doch mal. Unser Problem ist, dass die Hohen keine physische Form haben. Weshalb wir sie nicht bekämpfen können. Sie sind überall und nirgendwo. Wie Luft. Deshalb ist das Leuchtfeuer auch unser einziger Trumpf in all dem. Ich weiß sie. Markus, danke fürs Reinschauen. Dir viel Spaß morgen auf der Gamescom. Und grüß alle schön, falls du dran denkst. Von mir oder von uns, von der Community. Ich wäre auch gern da. Nächstes Jahr ist es versprochen. Und wenn ich einbrechen muss. Weil es die Macht besitzt. Die Energie. Die Hohen sind. Was? Weil es die Macht besitzt. Die Energie. Die Hohen sind. Zu annullieren. Was ist denn das für ein Satz? Weil es die Macht besitzt. Die Energie. Ah. Da haben die unterschlagen. Weil es die Macht besitzt. Die Energie. Die die Hohen sind. Zu annullieren. Das weiß ich schon. Aber woher wisst ihr, was der Numinos ist? Es ist eine Vermutung. Aber dennoch. Das Leuchtfeuer bündelt Energie und setzt sie auf ihren Kern frei. Wenn es also die Fähigkeit besitzt, etwas zu bannen, ist es dann nicht nur logisch, dass dieses Etwas irgendwie in dem Kern sein muss. Eine Art Energiesignatur. Ein Teil des großen Ganzen. Natürlich. Es kann sein, dass ich falsch liege. Aber es ergibt einfach Sinn. Und es fühlt sich richtig an. Es fühlt sich richtig an. Ist nicht gerade eine gute Basis für eine weitreichende Entscheidung. Das stimmt. Aber ich schätze, ihr habt keine bessere Idee, oder? Ja, ich... Ja, klar. Wir gehen auch immer nach Gefühlen. Es fühlt sich richtig an und richtig geil. Dann macht es. Und naja. Und dann neun Monate später ist alles nicht so, wie es vorher war. Na schön. Selbst wenn das stimmt. Und wie sollen wir an einen Teil eines Hohen kommen? Tja, hier wird es kompliziert. Aber ich glaube auch darauf, eine Antwort zu haben. Das Wort der Toten. Wir müssen es auf einen Hohen anwenden, um in seinen Verstand zu gelangen. Und dann müssen wir ihm seinen Wesenskern entreißen und in das Behältnis für den Numinos füllen. Aber selbst wenn das stimmt, wo sollen wir einen Hohen finden? Ihr habt es doch selbst gesagt, sie haben keine feste Form. Und selbst wenn sie sie hätten, würden sie sich uns sicher nicht darin offenbaren. Das ist richtig. Aber ich denke, ich weiß, wo wir einen finden können. Ist das so, Pratt? Ich hatte gestern schon mal gefragt. Da wusste es keiner. Ich habe so vermutet, dass wir so circa bei 75% sind. Wenn du eine Prozentzahl sagen kannst, das wäre für mich jetzt nicht so ein Superspoiler. Weil ich gehe davon aus, es fühlt sich so an. Wir haben viel auf der Welt erkundet. Deswegen lag ich schon mit der Vermutung wohl wahrscheinlich richtig, dass wir so bei 75% sind. Von der Mainstory. Und wo? Und dann könnte ich das Wort der Toten auf ihn anwenden. Worauf wollt ihr hinaus? Äh, Entschuldigung. Darauf wollt ihr hinaus, oder? Richtig. Das heißt also, wir müssen die geheiligte Stadt der Pyräa finden. Den Ort, wo am meisten Menschen gelebt haben. Muss ein Verstand, um von dem Wort der Toten bereist werden zu können, nicht tot sein? Wieso glaubt ihr, dass das bei einer Erinnerung funktionieren würde? Das stimmt. Aber wir haben soeben herausgefunden, dass die Hohen sich vermehren, indem sie unser Bewusstsein verschlingen. In anderen Worten, ein Hohr besteht aus Tod. Er ist eine einzige ätherische Leiche. Wenn das Wort der Toten auf ihn nicht reagiert, dann auf überhaupt nichts. Zumindest in der Theorie. Ja, diese Theorien. Und, äh, wie sollen wir diese geheiligte Stadt finden? Indem wir weitersuchen. Ach so. Wenn die Sternlinge den Fall der Pyräa dokumentiert haben, dann mit Sicherheit auch die Geografie eines Reiches. Wir brauchen also eine Karte. Los, fahren wir wieder hoch in die Halle. Ach so, wir müssen suchen. Ja, Mensch. Und ne Karte. Und ne Karte vermehren, dass sie das Bewusstsein einer Zivilisation absorbieren. Das ist doch einfach nur skurril. Naja, ist es das wirklich? Wir züchten doch auch Schweine, um sie zu schlachten, sobald sie fett genug sind. Im Grunde tun die Hohen dasselbe. Nur, dass sie nicht unser Fleisch, sondern unser Bewusstsein wollen. Hm. Dann ist Poreks Idee von einem Aufstieg ja gar nicht so weit hergeholt. Wir hören nicht auf zu existieren, sondern werden zu einem einzigen Wesen. Einem Hohen. Nur, wie viel dieses neuen Hohen sind da noch wir? Ja, wir wissen jetzt, wie sie sich vermehren. Aber warum das alles? Welche Rolle spielen die Hohen im Gefüge der Welt? Wie ist der erste entstanden? Und warum brauchen sie unser Bewusstsein, um zu überleben? Das stimmt. Erinnert mich so ein bisschen an Stargate, muss ich sagen. Also für mich, Caro, nächstes Jahr auf jeden Fall. Nächstes Jahr werde ich alle Hebel in Bewegung setzen, das frühzeitig auch planen zu können. Und, ähm, ja, dieses Jahr habe ich es einfach aufs falsche Pferd gesetzt. Nächstes Jahr mache ich das komplett anders. Also nächstes Jahr bin ich definitiv da. Ärgert mich zu Tode quasi. Wer? Woher redet ihr da, Kurmai? Dass die Ursternlinge die Stadt verlassen haben, hat nichts mit uns zu tun. Doch, das hat es. Ihr seid so blind verflixt. Sie sind hier, überall. Aber sie zeigen sich nicht, weil sie eure Anwesenheit nicht akzeptieren. Weil ihr ihrer unwürdig seid. Moxa, sei gegrüßt. Moxa. Äh, bei mir muss sie nicht anstehen. Also, du kannst so rankommen. Also, ich geh da ja auch nicht hin, um mich anzustellen, um bei Blizzard irgendwie was zu spielen. Ich geh da hin, um Leute zu treffen. Also, dat ist für mich die Gamescom. Wie gesagt, klar, wenn du irgendwas anstellen willst, den Trailer siehst du sowieso danach irgendwie auf YouTube. Aber ich geh da halt für die Leute hin. Dat heißt, du kannst halt eben die ganzen YouTuber-Streamer halt mal sehen mit den Quatschen, Pipa, Pops. Dat ist für mich eher ein soziales Happening als irgendwie eine News-Veranstaltung. Kuramai, dieser Ort ist verlassen. Ihr, was, rationalisiert. Ihr rationalisiert? Erkennt ihr das nicht? Müsste das nicht halluziniert heißen? Er rationalisiert? Wofür haltet ihr ihn? Für einen Narren? Sie sind überall, aber ihr seid zu laut und zu dumm, um sie zu hören. Ihr wird ihnen beweisen, dass er würdig ist, hier zu leben. Sie müssen weg. Dann werden die Väter sich ihm offenbaren. Nur wie? Kuramai, was soll das? Beruhigt euch wieder. Das Verteidigungssystem. Natürlich. Mit Markus kuscheln. Genau. Moxer. Glaubst du nicht, wie nervös ich letztes Jahr war und es kamen echt Menschen? Ich hatte ein bisschen Angst. Zu den Waffen. Sofort. To the arms. Äh, F5. Danke. Irgendwie der Boden bebt. Da oben kommt was. Oh. Gestartet. Eine vergessene Heimat-Talzerei. Ich muss da raus. Mit dem Stahlvogel. 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 Welcher Vogel? Ich weiß es nicht. Ich gehe. Okay. Okay, was ist hier? Mehrvögel? Ist hier gevögel? Nein, ich muss weg. Okay. Ich habe es geahnt. Ich habe es geahnt. Hier, Captain Moped Gurkenmann. Äh, wie wäre es mal mit dem Zauber? Ah, ich... Irgendwas steht hinter mir. Ich komme nicht zurück. Achso, weil hier noch Klötze sind. Feinde. Mach dich bereit. Ja, Captain Obvious. Das waren erstmal alle, glaube ich. Ne, ich nicht. Glaube ich nicht. Was zum Hänker war das eben? Da ist doch ein Ding. Die arme Magistra. Das hat sie nicht verdient. Da. Es haut dich. Tu was. Ähm, ja. Koramai scheint eine Art Alarm aktiviert zu haben. Und diese Maschinen sind wohl das Verteidigungssystem. Natürlich. Das sind die Wächter. Aber was jetzt, Zaira? Wir wissen, was theoretisch in diesen Numinus muss. Aber wir brauchen immer noch eine Karte, die uns den Weg zur Stadt der tausend Fluten zeigt. Step, step. Was hier irgendwie zu überleben wird, wird auch eine Herausforderung. Äh, w-w-was ist mit dem Luftschiff? Wir müssen Jasper und, äh, den Novizen irgendwie warnen. Ja, das stimmt. Also müssen wir irgendwie zum Dock zurück. Komm, zum Lift. Au! Ja! Du bist auch voll klug. Alter! Ei, ei, ei. Also, da muss ich ja erstmal hier was essen. Essen wir mal so ein, äh, Flügelfleisch. Erstmal ganz kurz den Chat nachlesen. Äh, och. Keine Ahnung, Gasse. Ich mag euch aber auf der anderen Seite auch mal, euch mal persönlich hin, wäre ich wahrscheinlich ein bisschen nervös. Ja. Wir, ich auch. Das ist normal, Kagamichi. Das ist normal. Und ich glaube, ich bin nervöser als ihr. Weil, keine Ahnung. Ich kenne das auch nicht. Das war ein komisches Gefühl, muss ich sagen. Du stehst da und die Leute kommen halt und, 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 alter Schwede. Sehr komisches Gefühl, kann ich sagen. Als ich, äh, wo ich Markus letztes Jahr das erste Mal gesehen hab, waren meine ersten Worte zu ihm. Hey, ich stinke. Ich geb dir mal die Hand. Das stimmt. Ja, sie völlig zerstört von der Autofahrt. Und dann war ich erstmal schockiert, weil Markus voll schlank und riesig ist. Nein. Also, riesig bin ich nicht. Ich bin 1,86 und ich hab voll, ja, äh, den Waschbärbauch. Ich glaub, wir brauchen einen anderen Weg. Ja, ja, ja. Weil hier ist nicht, nicht gut. Gibt es keine Wiederherstellungszauber? Wenn doch, bitte nutze die. Ähm, doch, es gibt Wiederherstellungszauber. Mit jedem Wiederherstellungszauber wächst dein Arkanistenfieber. Todesstoß. Ah, ich sag mal, Todesstoß. Tod ist Toast. Und, ähm, dementsprechend kannst du die nicht dauerhaft benutzen. Weil sonst hast du irgendwann ein Arkanistenfieberproblem. Was soll ich jetzt genau suchen? Was sagt die Quest? Ein Weg zurück zum Luftschiff finden. Aha. Markus ist online viel lieber zu umarmen. Virtuelle Umarmung. Yay. Äh, was hast du jetzt gesagt? Gar nix. Ich weiß jetzt nicht, ob das Ding jetzt hier... Irgendwas anzeigt. Aber irgendwie nicht. Das Problem ist, von der einen Seite kamen wir. Und von der anderen Seite, ähm... Kommen wir nicht weiter, oder? Gibt es hier irgendwo noch einen Hebel. Also, ich sehe Kommen. Und hier ist, äh, kein Durchkommen mehr. Hm. Leer. 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 Also, Loot gibt es hier nicht. Da gibt es auch kein Loot. Warum das Ding jetzt hier... Ah, hier was? Nein. Hier ist ein Hebel. Aber den kann... Doch da. Hebel 1. Das sieht gut aus. Wollen wir mal hoffen, dass der Gang auch irgendwie nach unten führt. Welcher Gang? Welcher Gang? Also, die Dinger haben aufgehört. Aber jetzt brauchen wir, glaube ich, noch einen Hebel. Ja, und die sind versteckt in diesen Köpfen. Okay, was haben wir denn hier für einen Hebel? Ist ja auch ein Hebel. Nein, der hat keinen Hebel im Mund. Der hatte den Hebel im Mund. Der hat... ...kein Hebel im Mund. Der hat auch keinen Hebel im Mund. Da ist keiner. Ähm... Welch... Welcher Gang? Muss ich den nochmal hebeln? Nein. Hm. Also, ich kann euch sagen, Markus ist größer, als er aussieht und Spike ist kleiner, als er aussieht. Ja, man sieht ja immer so einen kleinen Ausschnitt, Jassi. Das ist normal. Das ist normal. Bei Spike war ich auch sehr überrascht, dass er halt in der Tourer deutlich, deutlich kleiner ist. Ich hätte halt gedacht, er ist etwas größer. Jetzt, sorry, dass ich gerade ein bisschen weniger auf den Chat gucke. Ich habe hier so ein kleines Hängerchen. Schau auf die Karte. Ah! Ich brauche gar nicht auf die Karte schauen. Hier ist aufgegangen. Ich bin auch bumsblind. Ich bin auch bumsblind. Nerfable. Oh Gott. Ja, ihr seht als Zuschauer immer so viel. Ich gucke dann halt, was weiß ich wohin. Nicht auf dem Monitor anscheinend. Irgendwohin. Sorry. Ach, Mann. Oh, ich speichere nochmal. Hab da ewig gehangen. Ja. Ich habe das halt nicht mitgekriegt, dass da was hochgegangen ist. Weißt du, da geht er einfach hoch und... Und du merkst es nicht. Aber hier ist erstmal Genesungstrank und mit Ruhe. Gucken wir mal rein. Äh, Münzen nehme ich mit. Ob die vertaugen, weiß ich nicht. Ulti ist ready. Perfekt. Tappi, sei gegrüßt. Schönen guten Abend hier. Oh no, no. Klein, klein Gedulds. Ah ja, die explodieren. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich dran. Da geht was hoch. Ja, da ging ja die Tür... Und wenn du das halt irgendwie nicht präsentiert gekriegst oder in dem Moment hinguckst, dass da einer hochgeht, halt so ein Gitter oder so, dann siehst du das halt nicht. Das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt, dass da in dem Moment eine Tür aufgegangen ist. Ich habe kein Geräusch gehört. Ich dachte nur, die Falle ist ausgegangen. Das habe ich ja nicht realisiert. Oh, da sind noch Spinnen. Na, explodieren wir. Brav. Du auch noch. Dankeschön. Wobei ich mich frage, ob die alle Frosthau permanent wieder stehen. Weil das halt sehr oft oben aufblöppt. Ich weiß es nicht. Sie scheinen aber ab und zu geslowt zu sein. Scheint nur nicht immer zu gehen. Und irgendwas habe ich hier noch gepullt. Ich bin noch in Combat. Weiß nicht wo. Irgendwo hier. Und irgendwas und irgendwen. Wo? Oh, weg. Okay, perfekt. Nimmt Markus seinen Stuhl mit zur Gamescom? Natürlich nicht. Nach Turlemont nicht. Stimmt, wie erkennt man Markus ohne den Stuhl? Hier an der Mütze. Ich habe nur diese Mütze auf. Dann erkennt man mich. So, ich muss da drüben irgendwo hin. Ah, echt mal. Markus könnt ihr behalten. Ich will nur den Stuhl. Das ganze Erfolgsrezept ist eigentlich der Stuhl. Nicht ich habe damals die Partnerschaft bekommen. Das ist nur der Stuhl. Und im Endeffekt daran ist auch noch Mox da schuld. Der Mox da ist eigentlich der geheime Genie des Kanals. Dieser Mox da. Alter, die verleben, der hat es. Mal überhaupt schaden. Also gefühlt nicht, ne? Ja, nu. Jetzt hau ich mal um. Können auch noch gleich zwei Level leveln. Wir haben noch zwei Punkte, ne? Glaub ich. Drei. Drei Erinnerungspunkte. Holy moly. Können auch dreimal leveln. Wobei ich noch gar nicht weiß, was. Was? Warte, Markus hat eine Mütze auf? Sonst nix. Ja, und lila Hosen. Man sieht jetzt schon auch öfters als nicht. Stuhl streamt. Ja, natürlich. Ja, ein guter Stuhl ist auch wichtig, Kagamichi. Das ist, äh... Für einen erfolgreichen Tag ein gutes Rezept. Ohne guten Stuhl wirst du schnell grumpy. Das hat Spike ja schon demonstriert. Der hatte nämlich mal wochenlang keinen guten Stuhl. Und da war Spike grumpy. Was hast du für Mods in Skyrim drauf? Gar keinen, Alexander. Ich hab nur Enderal drauf. Das ist eine Total Conversion Mod. Gib einfach mal Ausrufezeichen Enderal ein. Ähm, da bekommst du dann die Antwort, was das ist. Genau, da kommt's auch schon. Dankeschön, Josuke. Lumpo, sei gegrüßt. Also ich könnte da raus, aber ich könnte auch noch höher. Die Frage ist, was ist denn da oben? Lass uns nochmal gucken. Vielleicht liegt da ja noch Loot. Irgendwie ein Kischchen. Kischte, Kischchen. Aber wobei, hier ist auch eine Tür. Was? Survei unten. Survei? Ne, zur Survei will ich nicht. Ich will, dann gehe ich lieber hier hin. Und diese rollende Tortur steht immer noch neben mir. Ja, entsorgen, Spike. Mit Glück stellst du die einfach auf die Straße und dann irgendjemand nimmt den Stuhl schon mit. Und vor allem ist der schulwortgewandter. Bisher gab's noch keine Diskussion, wenn er dran war. Ja, der macht einfach. Was? Wozu ein Henke heißt das Schiff? Weiß es nicht. Diese fliegende Stahlbestie muss auf das Schiff aufmerksam geworden sein. Wir müssen nachsehen, ob einer der beiden überlebt hat. Ich stimme dir zu. Aber sich auf eine offene Fläche zu begeben, wäre Selbstmord. Zumindest solange dieser Alarm aktiv ist. In anderen Worten, wir müssen einen Weg finden, ihn zu deaktivieren. Und wie? Beziehungsweise wo? Tja, das gilt es herauszufinden. Aber vermutlich haben wir oben im Turm die besten Karten. Komm, wir müssen zum Eingangsbereich zurück. Da hat doch eine Treppe nach oben in dieses Surreal geführt. Ja, die habe ich gerade schon gesehen. Ja, und wie gesagt, unser Flugschiff ist weg. Das war ja hier unten vor Anker. Und das ist jetzt einfach weg. So, das heißt, wir müssen jetzt die Ebene höher. Da vorne ist noch eine Kiste, sehe ich gerade. Hatten wir da schon reingekistet? Ähm. Kann auch da einfach runter, oder? Ja, ein bisschen falsch an. Da können wir nochmal eine Power-Banane gegenessen. Irgendwie hier ein Stück Fleisch. Dankeschön. Tschuck. Bin mir nämlich nicht sicher, ob wir hier reingekistet haben. Nee, nämlich nicht. 105 Groschen. Wie spielt sich die Total Conversion? Ich kann es leider nicht vergleichen, da ich vorher kein Skyrim oder ein anderes Elder Scrolls gespielt habe, Alexander. Mir macht Spaß. Einige kleine Design-Klamotten finde ich persönlich jetzt nicht so gelungen. Aber an sich ist es sehr, sehr geil. Also, wie gesagt, wir spielen heute den 13. Stream und wenn ich keinen Spaß daran hätte, hätte ich es nicht 13 Streams gespielt. Also, von daher, ähm, schon einen verdammt guten Job gemacht, die Leute von Shoei AI. Also, finde ich ziemlich geil. Empfehlenswert. Zumal ist es umsonst. Das heißt, wenn du Skyrim hast, kannst du es dir kostenlos einfach runterladen und mal reinschauen. Das heißt, du hast ja keine Gefahr oder so. Oder riskierst nichts. Was ist das hier? Die Bobbahn? Ach, hier sind Spinnen. Oh, die halten so viel aus, verflucht. Wobei, die Frage, die ich mir stelle... Warte mal, haben wir Erdung? Das ist doch Metall, oder? Das sind doch Metall-Spinnen. Metall und Blitz. Das müsste doch voll gut gehen, oder? Ja, Erdung habe ich hier drauf. Also, hauen wir da mal die Erdung rein. Eventuell vielleicht sogar einen Kettenblitz. Wie viel Schaden macht denn Erdung? Erdung macht 28. Und, ähm... Habe ich noch irgendwo einen Kettenblitz? Da, gleißender Funke. Macht 84. Ich hätte gerne einen Kettenblitz oder so. Da, was macht der denn? 29. Ja, wir probieren es mal mit Erdung. Und wenn Erdung nichts bringt, nehmen wir nachher den gleißenden Funken. Ich kann mir vorstellen, dass tatsächlich gegen Metall Blitz so gut funktioniert. Ja, ich glaube, das sieht besser aus. Oh, viel besser. Metall is the way to go by Blitz. Dann haben wir gute Chancen, glaube ich. Testen wir nochmal. Ja, definitiv. Definitiv. Wieso bin ich denn da nicht Erdung drauf gekommen? Das heißt, die haben tatsächlich sogar Resistenzen eingebaut. Ah, verstehe. Markus, ignorierst du das rechts oben? Was rechts oben? Rechts oben im Stream, den Chat? Rechts oben im Spiel? Rechts oben im Spiel ist nichts bei mir. Rechts oben hier ist das Fenster. Und eine Lampe. Ich weiß nicht, was du meinst. Stream doch mal das normale Skyrim. Eines der besten Games aller Zeiten. Wenn die neue Version rauskommt, habe ich das vor. Todestoast. Lohnt sich jetzt nicht, die alte Version zu streamen, wenn eben Oktober eine neue kommt. Ow. Ow. Ich auch. Autschen! Autschen! Doppelerdung? Doppelerdung? Testen wir Doppelerdung? Wo kam der andere denn her? Ja, keine Ahnung, wo andere gerade herkommen. Das habe ich vorgelesen, Ian, aber es stand nicht immer da. Das heißt, die haben wahrscheinlich eine hohe Frostresistenz, aber ich habe sie zwischendurch auch... ...definitiv damit erwischt. Die Frage hatte ich schon gestellt. Die hatte ich schon gestellt. Doch, das habe ich sogar vorgelesen. Das habe ich gesehen. Gee, komm gut ins Bett. Und danke fürs Reinschauen. Ich frage mich nur, warte mal, wir haben doch noch ein paar Blitzzauber. Welchen könnte man denn auch nehmen? Dann haben wir einmal Erdung. Den habe ich auch gebookmarked. Und wir haben... Gleisender Funke macht 84. Oder der Kettenblitz macht 29. Ne, dann nehmen wir den Gleisenden Funken. Bookmarken den einmal. Und gehen dann auf Gleisender Funke mit rechts. Rechts, Erdung links. Und Gleisender Funke rechts. Oh, vielleicht treffe ich ihn damit dann hier. Mal gucken. Oh, irgendwann habe ich gepullt. Ich bin halt so ein No-Aim-Bob. Achso, ich habe sogar noch Leben, was gerade reckt. Ne, doch nicht. Ich muss nur irgendein Schnitzelchen essen. 900 Sekunden. Ein bisschen lange. 600 Sekunden. Ah, da kommen Kartoffelsüppchen. Kartoffelkohlsüppchen. Nom, nom, nom. Ziehen wir uns mal rein. Bioshock. Ja, kommt raus. Müssen wir gucken. Also, würde ich schon gerne spielen. Ich weiß nicht, ob wir spielen direkt zum Release, wenn es auf der PS4 rauskommt. Aber steht so auf der Liste mit, das werden wir irgendwann nochmal spielen, die komplette Bioshock-Reihe. Ja, das machen wir. Aber wie gesagt, keine Ahnung, ob direkt zum Release. Weil kommt ja, glaube ich, Oktober, November, wo eh so viel rauskommt. Müssen wir schauen. Müssen wir schauen. Im Oktober kommt ein neues Skyrim. Ja, die Remastered-Version. Lesungstrank nehme ich mit. Wir haben irgendwas gepullt. Ich treffe halt... Irgendwie, diese Zauber sind irgendwie sehr merkwürdig, muss ich sagen. Ja, ja, ja. Ich treffe damit halt nicht, ey, wie der letzte Bauer. Am Boros hier nehme ich mit. So, speichern. Hup. Keine Pause? Äh, wir könnten, ähm, ganz kurz Blitzpinkelpause machen. Das ist ein gutes Argument. Ich sprinte einmal 30 Sekunden aufs Klo. Wer dasselbe machen will, tut es auch. Ich mute mich nicht. Ich geh wirklich nur fix pinkeln. Lauf nicht weg. Geht selbst. 20 Sekunden. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Vielen Dank.